Grüße Sie zu einer neuen Wochenwettershow für das Tiroler Paznauen vom 15. bis 21. März. Es brechen die letzten Tage des kalendarischen Winters an. Am Sonntag, den 20. März um genau 5.30 Uhr haben wir die sogenannte Tages- und Nachtgleiche, den kalendarischen und damit den astronomischen Frühlingsanfang. Danach sind die Tage länger als die Nächte und zwischendurch haben wir weiterhin diese spätwinterliche Edelmischung aus Sonne und Schnee. Und genau die hatten wir auch. Die Livecam ItAlp zeigt strahlenden Sonnenschein, Schnee und eine Fernsicht ohne Ende. Und Sie dürfen dreimal raten, wie es weitergeht. Und nicht genau so, mit einer kleinen Einschränkung. Am Dienstag ziehen nach sonnigem Start mehr und mehr Wolken auf und am Nachmittag setzt dann von See und Kappel her Schneefall ein und in der Nacht auf Mittwoch gibt es dann ordentlich Neuschnee und danach kommt sie zurück, die Sonne. Und das gibt es nur in Kappel. Lange bevor in den Nachbarorten die Lifte am Morgen starten, lassen sich im sonnigsten Skigebiet des Paznauen bereits erste Spuren ziehen. Jeden Montag nehmen die Dias Alplitt und Alplittkopfbahn bereits um 8 Uhr ihren Betrieb auf. Der 2700 Meter hohe Alplittkopf markiert den Startpunkt der 8 Kilometer langen Abfahrt. Vor allem morgens ist diese Exkursion ein Vergnügen der Extra-Klasse. Mit einem gültigen Skipass kommen Skifahrer und Snowboarder kostenlos und ohne Voranmeldung in den Genuss dieses Skivergnügens. Und mit Genuss geht es auch weiter. Am Mittwoch starten wir mit letzten leichten Schneeschauen. Im Laufe des Tages kommt dann im Paznauen immer weiter die Sonne heraus. Und am Donnerstag und Freitag haben wir ein Edelwetter. Das ist Gänsehaut mäßig mit einer Fernsicht bis zum Abwinken und nachts funkeln die Sterne. Apropos, sie ist mit sieben Rodelkilometern und in rund 950 Höhenmetern eine der längsten Strecken in den Alpen. Hell beleuchtet wartet Ischgels Nachtrodelbahn ab der Bergstation Silvetterbahn ab 19 Uhr abends auf sie. Bis circa Anfang April hat die Bahn jeden Montag und jeden Donnerstag bei passendem Wetter geöffnet. Und das Wetter, das passt. Und es geht auch schön weiter. Am Wochenende haben wir viel, viel Sonnenschein ab und zu, ziehen ein paar dünne Wolken durch. Die sind aber komplett harmlos. Der Gesamteindruck bleibt einfach schön. Und damit ist das Wetter in dieser Woche ein ganz, ganz besonderes Geschenk. Erst gibt es Neuschnee, dann viel Märzsonne. Und denken Sie in dieser Woche unbedingt an Ihre Sonnenbrille und Sonnencreme. Mein Tipp für Sie ab Donnerstag, vormittags auf die Piste, mittags auf die Hütte und den Liegestuhl, abends wellness oder eben Nachtrodeln. Viel Spaß und schöne Erholung bei uns im Tiroler Paznauen. Musik